Für die BSC Rollers stand am Sonntag zum Rückrundenauftakt ein Spiel mit Brisanz auf dem Plan. Zu Gast war der USC München, 14-facher deutscher Meister, der nach einer Abwärtsphase 2013 und 2014 wieder in der 1. Liga Fuß gefasst hat. Im ersten Saisonspiel in München kamen die Rollers mit 30 Punkten Unterschied unter die Räder. Diese Scharte wollte das Team von Marco Förster auswetzen. Außerdem sollen die neuen Fans der Rollers begeistert werden, damit sie wiederkommen. Ganz einfache, praktische Integration heben. Mehr als zwei Minuten dauerte es bis zum ersten Münchner Korb. Zwickau zog schnell nach, hier wie Tauter Scudgers beim Freiwurf. Es wurde ein Duell auf Augenhöhe. Kim Robbins für München, Andi Ortmann mit fast schon künstlerischem Wurf für Zwickau. Und hier zeigt sich eine neue Qualität im Zwickauer Spiel. Am rechten Bildrand schleicht sich Rostislav Pohlmann davon. Magenheim verwirft, Scudgers und Canyon machen den Rebound und dann ist Rosti da vorne ganz alleine. Sinclair Thomas, jetzt Trainer in München, kann da nur noch mit dem Kopf schütteln. Und die Rollers blieben dran. Günther Meier. Das Spiel blieb hart und wurde zeitweise hektisch, auch weil die Schiedsrichter Entscheidungen fällten, die nicht immer für das Publikum nachvollziehbar waren. Rosti fährt in die Zone und wirft nach weniger als zwei Sekunden. Laut Schiedsrichter soll aber Vanessa Erskine vor dem Wurf mehr als drei Sekunden in der Zone gewesen sein. Da kann selbst Marco Förster nur noch verständnislos nach Luft schnappen. Das Halbzeitergebnis ließ eine kleine Sensation erahnen, auch wenn hier noch alles offen ist. Bei Zwickau war es vor allem eine echte Teamleistung. Super-Defense-Reaktion von Ben Canyon. Mikhail Matyveev, der Neuzugang aus Russland, geht nach vorn, sieht rechts wie Tautas Gutschas. Pohlmann sichert gegen Magenheim. Bessere Teamwork geht eigentlich nicht mehr. Das Spiel blieb spannend bis zum Schluss. Andy Ortmann war schon mit fünf Fouls draußen, Rosti sollte ihm bald folgen, doch auch die sogenannte zweite Reihe spielte sich in einen regelrechten Rausch. Hier trifft Frank Oehme. In der entscheidenden Phase traf auch der Gü vom Freiwurfpunkt und so konnten die Zwickauer-Fans am Ende jubeln. Mit diesem Ergebnis haben sich die Rollers eindrucksvoll ihren Platz unter den Top Ten des deutschen Rollstuhlbasketballs gesichert. Und da dürfen bei den ältesten Fans, die dem Verein schon weit mehr als 20 Jahre die Treue halten, schon mal ein paar Tränen sein. Die BSC Rollers haben ihren Aufwärtstrend gefestigt und können sich für die kommenden Jahre wieder mehr vornehmen.